Hallo, ich bin Carsten in Mahl und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr uns heute gerne ein Stück begleiten. Ja, ich bin heute mit zwei Arbeitskollegen unterwegs, wollte mal heute Kamera testen und haben die beiden gesagt, oh, ich schaffe jetzt noch mal mit. Das ist der Plan für heute. Erstmal geht es Richtung Reken und dann von da aus in den Meerfeld, über den Truppenübungsplatz und dann über Altern zurück. Musik Die erste Finkelpause haben wir auch schon. Wir sind hier in der Hohen Mark, jetzt geht's Richtung Reken. Musik 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 So, jetzt fahren wir vorbei an Iglu-Werk, aber keine Werbung. Musik 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 So, jetzt sind wir auf dem Truppenübungsplatz. Truppenübungsplatz, Truppenübungsplatz Borkenberge, Meerfelderbruch. Ja, hier gibt es überall immer noch Schilder, dass man den Weg nicht verlassen soll, weil die Gegend ist hier immer noch nicht hundertprozentig vom Kampf hätte geräumt. Musik Ja, hier geht es auch eine ganz schöne Steigung hoch. Ich bin jetzt ungefähr hier auf der Hälfte der Steigung, aber dafür geht es gleich auch richtig schön gleich ab. Musik Ja, der Volker ist schon voraus und der Jörg ist noch irgendwo da hinten. So, den Truppenübungsplatz haben wir hinter uns. Die Gnabesum sind wir auch durch, jetzt geht es halt Richtung Alter. Musik 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 So, wir sind jetzt wieder auf dem letzten Kilometer, kurz vor zu Hause. Ich hoffe mal, euch hat es ein bisschen gefallen. Ich bin mal auf die Aufnahmen meiner neuen Kamera gespannt. Und bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, auch weil die beiden mitgefahren sind. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Musik